Der Test gegen Lübeck war ein voller Erfolg, ja nach der ersten Halbzeit, wo ich gesagt habe, ey was habe ich mir jetzt gerade angeguckt, kam eine Leistungssteigerung, Baumgart ist bestimmt auch laut geworden in der Kabine und man hat 5 zu 2 gewonnen, ich weiß es ist ein Test, trotzdem muss man immer jeden Gegner eben ernst nehmen, das hat uns oftmals auch das Genick gebrochen, aber ein Jean-Luc Dompey war richtig richtig stark, der Typ ist eh on fire für mich, gerade der MAP der 2. Bundesliga, aber um den wird es heute noch nicht gehen, es geht heute um die Innenverteidigung, weil die hat mir ehrlicherweise nicht ganz so gut gefallen und es macht mir ein bisschen Kopfschmerzen, wenn ich so denke, wir starten mit der gleichen Innenverteidigung wie letztes Jahr eigentlich in die neue Saison, die oftmals für sehr sehr große Schnitzer verantwortlich waren, fangen wir also gleich mal an mit den ersten Namen, Dennis Hatzikadunisch, Dennis Hatzikadunisch hat sich auf jeden Fall gesteigert, unter Steffen Baumgart war, unter Tim Walter ein kompletter Totalausfall, aber bei dem habe ich halt wirklich immer Angst, dass er mit seinen individuellen Fehlern, also einfach den HSV in Lagen versetzt, wo der HSV dann nicht mehr selber rauskommen kann, ein Dennis Hatzikadunisch war sehr 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 unkonstant in seinen Leistungen, hat sich am Ende natürlich gebessert, kann auch sein, dass der diese Saison ein richtig starker Innenverteidiger wird, trotzdem für mich, klar, der wurde nochmal ausgeliehen, man hat kein Geld so richtig ausgegeben für diesen Spieler, da kann man auf jeden Fall noch einen weiteren Innenverteidiger verpflichten, denn auch die anderen Kandidaten haben letzte Saison mir auf jeden Fall gezeigt, dass sie nicht eine ganze Saison lang diese Leistung halten können. Kommen wir nämlich zu meinem zweiten Innenverteidiger oder zu unserem zweiten Innenverteidiger, Jonas David, um Gottes Willen, ich sag's immer mal, ich hab's damals schon gesagt, ich sag's jetzt immer noch, das ist für mich kein Verteidiger für die zweite Bundesliga, vielleicht für die dritte Liga, aber für die zweite Bundesliga, es reicht einfach nicht. Jonas David, wirklich, da sehe ich 0,0 Potenzial, 0,0 irgendwelche Fähigkeiten, der ist zwar groß, aber das war's auch schon, er kommt viel zu spät in die Zweikämpfe, kommt eigentlich gar nicht so richtig rein, hat auch keinen so richtigen Speed, kein richtiges Tempo drauf, also Jonas David würde ich auf jeden Fall abgeben, ist für mich kein, niemand, kein durchschnittlicher Zweitliga-Kicker, für mich ist das wirklich ein Drittliga-Inverteidiger, so hart muss ich leider sein. Der nächste Innenverteidiger ist natürlich unser Kapitän und ich muss euch wirklich sagen, das ist ein stabiler Kicker für die zweite Bundesliga, fehlt meines Erachtens an Speed, also er ist wirklich langsam, aber trotzdem kann er am Ball wirklich was und bringt auch ein bisschen mehr Ruhe und Stabilität ins HSV-Spiel rein, trotzdem, er verlangsamt auch oftmals das Spiel und ist extrem verlässungsanfällig. Ich bin da zwei, also ich bin da komplett zweigeteilt, wenn er fit ist, wenn er wirklich an seine Leistung anknüpfen kann, dann ist er extrem gut, aber letzte Saison, erinnert euch daran, wir haben oftmals gesagt, ey, ja Mann, Schonlau ist wieder zurück und dann ein Spiel später ist er wieder verletzt ausgefallen, hatte immer mal wieder ein paar Wehwehchen und diese kommen immer mal wieder, also erfahrungsgemäß, die sind nie irgendwie überwunden, ich will es nicht beschreien, aber trotzdem ist es sehr, sehr gefährlich, mit ihm alleine sonst in die neue Saison zu gehen, weil, wenn wir Jonas David abgeben, dann haben wir nur noch drei Innenverteidiger, klar, Mario Wuskowitsch komme ich gleich noch dazu, aber das ist eben echt gefährlich und das hat uns letzte Saison auf jeden Fall ein paar Punkte gekostet, deswegen, da bin ich einfach auch einfach der Meinung, wir müssen mindestens einen neuen Innenverteidiger verpflichten. Während Hatzikadunic auf jeden Fall besser wurde unter Steffen Baumgart, hat sich einer leider verschlechtert und das ist unser Ramos. In der Hinrunde, ich weiß noch ganz genau, ich war einer, der diesen Transfer nicht gefeiert hat, ich habe gesagt, ey, von einem Absteiger, Bielefeld, er war oftmals verletzt, viel zu ungestüm und alles, aber in der Hinrunde hat er mich auf jeden Fall überzeugt, überrascht, war ein richtig geiler Aktivposten, hat sich reingeschmissen wie so ein Papadop bloß ein bisschen, aber in der Rückrunde, muss ich euch wirklich sagen, ist viel zu ungestüm, hat viel zu blöde Fouls auffabriziert, war auch relativ, ja, ungestüm, einfach, einfach, hatte keine Nerven so richtig, hat uns oftmals in blöde Situationen auch hereingebracht, so auch, dass der Gegner irgendwie richtig geile Standardsituationen hatte, für mich wirklich keiner für die erste Elf, deswegen mit Ramos darfst du auf jeden Fall mit auf der Bank, auf jeden Fall starten, ist einer, den kannst du immer mal wieder reinbringen, aber für die erste Elf sehe ich da, ja, sehe ich da auf jeden Fall bessere Kandidaten, die auf dem Markt sind. Dann frühstücken wir noch ein paar Themen ab, Moritz Heyer wird uns wahrscheinlich verlassen, klar, kann auch in der Innenverteidigung spielen, trotzdem, ich fand ihn immer schlecht, in der Innenverteidigung und als Rechtsverteidiger fand ich ihn immer schlecht, ich fand ihn immer so auf der Mehrfahrtposition, im Mittelfeld, im Mittelfeld, da, da hat er wirklich seine, seine Highlight-Momente gehabt, aber in der Innenverteidigung als Rechtsverteidiger, als Linksverteidiger, ne, 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 also Moritz Heyer auf gar keinen Fall eine Option für mich und ein Elfati kann ja auch Innenverteidigung spielen, ist für mich auch aber viel zu langsam, als um so ein Innenverteidiger zu sein, gerade weil wir eben sehr, sehr hoch stehen werden und mal wieder auch, ja, offensiv agieren werden, ist ein Elfati für mich einfach zu langsam für die Innenverteidigung. Einige von euch heben wahrscheinlich jetzt gerade noch die Hand wie so ein Streber in der Schule und sagen, hey, hey, kick on, kick on, was ist denn mal mit Mario Wuskowitsch, der kommt doch auch wieder, ja, wenn die Lackaffen mal ein Urteil sprechen würden und nicht so lange brauchen würden für eben so eine Entscheidung, mir wurde gesagt, sechs bis acht Wochen, wir sind jetzt in der achten Woche, ähm, ich hab nichts gehört, gar nichts und dieser, also was mit diesem Jungen wirklich gemacht wird, ist einfach eine Schande, eine Schande und jeder, der an diesem Prozess beteiligt ist, sollte sich schämen, meiner Meinung nach, aber das ist eine Sache für sich, sagen wir wirklich, Mario Wuskowitsch wird freigesprochen, ja, dann hat er die, guck mal, eine sehr, sehr große Vorbereitung verpasst und durfte, weil für ihm das auch noch nicht klar ist, er durfte nicht mit der Mannschaft trainieren, er war komplett isoliert, er hatte keinen Bezug, er war jetzt Jahre weg, also, er hatte wirklich gar nichts, gar nichts, keine Spielpraxis, gar nichts und da muss er auch erstmal wieder reinkommen, bis er dann wieder dieser Mario Wuskowitsch ist, der er war, das wird eine lange, lange Zeit dauern, wie ich finde, klar, natürlich nicht so lange, aber ich denke mal, wirklich, dass er erst wieder so im November, vielleicht im Dezember auch erst wieder eine Hilfe sein kann oder Hilfe sein wird, den wird man ganz, 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 ganz leicht wieder heranführen, was auch komplett richtig ist, der Typ hat so viel mitgemacht, so viel durchgemacht und der kann auch nicht eine sofortige Hilfe sein, das ist natürlich komplett klar, aber danach, wenn er freigesprochen wird, ist er im Winter wie so eine Art Neuzugang dann für uns und der könnte auf jeden Fall ein Gamechanger sein, trotzdem, ihr merkt schon, ein Mario Wuskowitsch wird uns nicht sofort helfen können, meiner Meinung nach, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, deswegen, wir brauchen einen neuen Innenverteidiger und wer jetzt sagt, ja, Kick-On, du bist immer nur am Labern und so, ich habe sogar einen Innenverteidiger parat, der ist vielleicht auch nicht der Schnellste, ist aber vereinslos, hat Champions-League-Erfahrung, hat bei Leverkusen gespielt, bei Eindhoven, bei Salzburg, also ihr merkt schon, das ist ein Kerl, der hat richtig viel Erfahrung, weil ich will auch einfach nicht mehr so junge Talente holen, die Fehler machen, nein, ich will einen gestandenen Profi haben und wenn man den verpflichtet, dann ist das unglaublich und der Name heißt Ramalho, ist bestimmt vielen ein Begriff, hat lange auch in der Bundesliga gespielt, der 32-Jährige ist ein sehr, sehr erfahrener Innenverteidiger, ist kaum verletzungsanfällig, ist auch nicht so groß, 1,82 Meter, ist aber Brasilianer, kann also was am Ball, also ich kenne keinen Brasilianer, der nichts am Ball kann und ist einfach von der Physis her ein richtig, richtig geiler Innenverteidiger. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er beim HSV unterschreibt, weil wir brauchen auf jeden Fall einen Mann mit Erfahrung für den Aufstieg und ein Ramalho wäre das allemal. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nur meine Meinung, schreibt es gerne in die Kommentare, wie sieht eure Startelf aus, also wie sieht eure Stamm-Inverteidigung aus, habt ihr irgendwelche anderen Namen oder so, schreibt es gerne in die Kommentare, gebt dem Video gerne ein Like und ein Abo und wir sehen uns. Ciao, ciao. 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 Ciao.